Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen, dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier und am Ende des Tages merkst du er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyland ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play, äh, äh, Community Beef, äh, Black Ops 2, ja, ich hab mir keinen Ghost leisten können, bla bla bla, halt die Fresse Äh, ich hab ein bisschen Unterstützung dazu bekommen, die meisten kenne ich davon nicht, also die Hälfte kenne ich überhaupt nicht Und dann habe ich natürlich noch mein Mokka-Bärchen dabei, hi Joker Hallo Vanille-Bär Yay, Freude kommt auf Äh, mögt ihr euch vielleicht selber vorstellen oder so, ich weiß ja nicht, äh, wie es euch da wichtig ist Äh, warte mal, jetzt muss ich mal Sprache, hab ich da überhaupt beide, ja, ok, passt Richtig, ja, Spielauscheck, ok, gut Äh, das ist jetzt hier sozusagen der Object X Joker hier und Object X Clan, äh, die haben auch eine eigene, äh, 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 eigenen YouTube-Kanal Und den verlinke ich einfach mal unten drunter, äh, unter das Video, dann könnt ihr auch mal da drauf schauen Und dann labern die ganz viel und labern sehr gerne Machen Liebe Machen Liebe Machen Liebe Ja, eine ganze Liebe Dann mal Punkte-Serie Drohne, Orbital, Schwarm, passt Ich finde das immer so geil, unten drunter steht jetzt, bei Zufall, Karte geheim und Modus geheim Hm, nehm, 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 Jungs, ich werd'n OBI reißen. Ich leu' ihn schon auf'n Tisch. Ich leu' ihn schon auf'n Tisch. OBI wird drin sein. So, was nehmen wir denn? Wir nehmen die HMR in Diamant-Tarnung. Alles? Muss sein. Ach, mein Mokka- äh, mein Vanillebär. Wo ist überhaupt unser Karamellbär? Ich hab' keine Ahnung. Von dem hab' ich auch lange nichts mehr wert von dem Speedy. Mein HC. Ich mach' Starter, ich will'sch. Starter. Nein, das war ne S-Mine. Geh' mal ganz kurz B. Glaub' ich. Okay, äh. Ich seh' es einfach für HC. Ich hab' einen Sniper down gemacht. Einer ist bei A hinten, einer ist bei A hinten. Achtung. Aber wo? Sniper. Warum guckt einer bei uns gegen die Wand? Weil er lustig ist. Lalalalalalalalalala. Was du müsstest, ich hör' nie, wenn die irgendwas in die Luft jagen. Hör' ich gar nicht. Wenn ihr labert, dann... Wenn ihr unterstellt... Oh, Intense. Bullshit. Bei den Treppen. Ah, Treppen. Und habt ihr irgendwas aus eurem... ...Jugendspunt hier zu erzählen, hier? Ha! Hab' ich schon verarscht. Ich bin schwanger von dir. Ach du bist schwanger von dir. Ach du bist schwanger? Oh scheiße. Ich dachte du so verhütest. Alter, ich schlampe. Ey, gib mal zu C. Ah, ich musste A... Ich musste Jokers mir den A schreiten und werde dann noch geohnt, Alter. Der C wird gesichert. Ich gammel mal zu B. Boah. Boss Move. Boss Move, man. Höhöh. Ich nehm' B ein. Ich hab zur Hälfte B eingenommen. Ich hab' drei Viertel von B. Ich hab' B eingenommen. Ah, ich bin tot. Ah, ich steh' da. Oh Gott, ich bin tot. Ich hab' meinen Sky abgerettet. Vielen Thanks, einen schönen Day noch. Hinten ist noch einer mit einem MG. Okay. Boah, fucking Double Kill. Boah, fucking Double Kill. Bitch. Boah, ich krieg' kein Auge hin. Ah, fuck it. Das war schlecht. Das ist tot. Der Verbündete Drohne nähert sich. Ich hätte gestern aufnehmen sollen. Gestern bin ich abgegangen. Wie blöd. Dann haben wir C. Gut. Ey, Junge, es sind einfach viel zu viele Snipern. Ich krieg' einen tot und dann kommt mir ein Sniper von hinten. Das ist unmöglich. Ein Fassel-Carrier einfach. Was ist denn verbündet? Ich bin hier was geschissen. Das heißt doch nicht scheißen, was ich jetzt schießen. Ach Gott, Junge, ich spiel mit CDW. Die Drohne steht bereit. Down! Stuck, du Jude. Wir verlieren C. Scheiße, keine Granaten mehr für C. Den hab ich den Arsch. Junge, warum spielen die alle mit Geist? Alpha wird gesichert. Mann, seid ihr so dreckige Ghost draußen. Es rennen alle hier mit Geist da rum. Ich kann's nicht mehr sehen. Oh ne Witz. Das labert was nicht. Die Dauer hat 4 Punkte heute. Alpha gesichert. Guck mal, da hinten ist schon wieder ein Buster mit Geist. Ach. Nein, nein, fuck it. Ah, fuck. Das war dumm von mir. Dumm und unnötig und... B-Hindy-Kindy. Weiter legt der es wieder und er hat mich. Wir sind in vorn. Hab ihn. Wir verlieren Alpha. Ich bin auch gleich mal ne andere Waffe, um einfach mal ein bisschen... Ja, es ist Alpha-Hilfen heute hier. LC wird gesichert. LOL. Der Feind hat... Jungs, ich brauche Hilfe bei Alpha. Bin aufm Weg nach Bethanyer City. Halt. Halt. Es ist noch einer. Es ist noch einer. Auf A, geht auf A. Kommt auf A. Kommt auf A. Kommt auf A. Geil mich. LOL. Ich hab die Granate wirklich noch getroffen und niemanden getötet. Ich wollte die gegnerische Granate wegschmeißen, hab auch so eine eigene Granate geschmissen und jemanden getötet. Der Verbündet ist ohneherzig. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist denn mit uns laufen? Ich nehme mir auch gleich mal ne andere Waffe. Wenn wir verlieren B. Um einfach mal ein bisschen... Treff bei dir, oder? Äh... Oh, bei mir kommen diese Punkte durch den Bildschirm. Da steht die bei Assist, Assist, Assist. Brauche mal ein paar Kills. Ich brauche... Ich hab gleich ein Auge. Ausfall, jetzt werde ich sterben. Ich hab's... Scheiße! Wenn wir verlieren... Oh mein Aim ist so geil, obwohl ich gar nicht eigentlich gespielt bin. Wenn wir verlieren B. Ja, ich hab gesagt, ich hab gleich ein Orbi und sterbe. Warum sag ich's überhaupt? Scheiße! Ja, denk's dir bloß. Scheiße, was es ist. Wir verlieren Alpha. Ich könnte das Safe gebrauchen hier. Wir verlieren Alpha. Ich bin auf dem Weg. Die Missionszeit ist fast um. Schneller! Das ist ja down. Scheiße. Brauche nicht mal viel für Orbit. Wäre recht nice. Dass ich wenigstens mal was zeigen kann hier. Skill und so. Das ist genau... Ey, ich schieße 50 Sekunden früher und verrecke trotzdem 80 Minuten früher-mäßig und so. Bläh! Jetzt hab ich noch eine andere Waffe aufgenommen. Hunderttausender! Weißt? Wie zur Hölle stirbst du denn so schnell? Ja, wegen Schinken und so. Park geht jetzt noch von hinten. Ich hab's doch gesagt. Wechselst du Salami. Aber nein! Halt der Herr Skyline auf mich? Nein! Natürlich nicht. Du bist nur ein Mockerbär. Oh! Der Shadow hier! Guck dich das an! Bam 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 bam! Boah, ich spiel jetzt mit Skaha. Ich hab jetzt meine Diamant AN-94 ausgepackt. Herrschaft! Ja, ich hab Geist drinnen. Halleluja! Oh Gott ey! Die Ziele sichern! Ohne mit Skat 40 ist einfach okay. Oh, wie viele Drohnen! Oh, wie viele Drohnen! Oh, wie viele Drohnen haben die immer. Was haben die für Hubsdrohnen? Die Zeit hat Alpha eingenommen. Das ist Armee. Achtung! Feindliche Vorräte unterwegs. Oh, fuck it! Noch rechtzeitig in Deckung gegeben, alter. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Bravo gesichert. Verbündeter Todspringer läuft warm. Komm, komm! Schau aus! Drohne nähert sich. Zeig dich du Spacko! Irgendwie schimmelt gerade. Wir verlieren C. Nehmen wir C? Ich geh auf C. Oh Junge, es sind zu viele auf C. Nehmen wir A. Ich bin bei A, ich bin bei A, ich bin bei A. Drohnen am Stittel. Komm da rein, ich bin bei C. Oh Gott, es sind zu viele bei C. Ja, dann hast 10 Ruhe. Das muss ich wahrnehmen. Ey Junge, sind zu viele? Das waren 6 Leute. Ja, dann geh doch nicht zu C, du Schmonk. Nee, ich stand da. Ich bin da gespawnt. Dann hör auf da zu spawnen. Das weißt du, das geht nicht. Dann hör auf doch direkt. Granate! Schade. Hey, er muss herzglitschen. Aber doch jeder, das ist verständlich. Oh, wie geil, dass ich das überlebt habe. Wir verlieren B. Unmöglich. Oh, das ist ein Kollege, der hier gespawnt ist. Leck mich an den Füßen. Oh, fuck it. Da ist ein Geschütz. Wir verlieren Arm. Immer keine Geschütze. Ich bin allergisch gegen Geschütze. Ich hatte mich halt umgehe. Vor ein Geschütz. Entschwitzendes Geschütz. Das macht C4 drauf. Ich bin allergisch gegen Geschütze. Da musst du... Ja, ist weg. Nein, zack doch doch mal! Ihr kleinen, dreckigen Spackenficker, Alter, ey. Geh und fress ein Boot, du Affe, ey. Ich krieg nicht mal einen scheiß Orbit. Ich werde weiterhin bei C gespawnt. Das ist doch dahinter. Leergeschossen! Immer auf C, ey. Ah, jetzt war ich verwirrt. So, ich nehme mal eine andere. Jetzt nehmen wir mal eine goldene DSR-Sniper. Äh, eine Diamant. Die DSR-Sniper. Entschuldigung. Diamant. Jungs, wir verlieren Bravo. Nein, tun wir nicht. Wir haben Bravo verloren. Kann es sein, dass du niemals auf mich hörst und wir dann irgendwas verlieren? Genau deswegen hör ich mich auf dich. Ab sofort musst du sagen, ich schaffe eh kein Orbit, Mann. Ich schaffe es erst recht. Ich smash die gerade mit der Sniper weg. Voll nice. Granate! Jawoll! Gesessen. Ey, lass mal danach die Lobby wechseln. Ich hasse diese Map und ich hasse diese Gegner. Ey, das war ein Quickscope, Leute. Das habt ihr alle gesehen. Das war ein astreiner Quicker. Wir verlieren C. Da hast du einer Quickie. Lass mal an, nein, gut. Ich hab nicht, Orbit. Mal kurz vor Ort. Alle Flaggen gehört. Ich will aus A raus, weil ich den Arsch retten will. Oh, das war schlecht von mir. Mehr als erbärmlich. Der orbital-Satellit ist online. Orbi. Wessen Orbit ist das? Und? EMP? Einer. Meins. 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 Wer ist meins? Typ nicht. Äh, Joker. Und ich werde von der S-Minikon falsch gedacht habe. Es gibt keine hier auf dieser dreckigen Map. Und dein EMP hat nichts zerstört. Äh. Der EMP tut sich ja nur weil so Drohnen zu zerstören. Ich dachte, das wird doch alles sehen. Ficken! Weißt du was? Es ist nämlich meine Goldene. Äh. Aber ich mach jetzt trotzdem alle kalt. Jetzt nehme ich meine Diamant, äh, Armbrust. Wir verlieren Arm. Ist auch egal. Pass auf, wo unten liegt einer. Auch nicht. Ich hab einen gefrackt. Halt down. Ich werde doch meine Diamant-Armbrust zeigen, ey. Oh Mann. Also Dropshot-Akutak, ich hab's gesehen, ey. Ja, 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 Dropshot-Akutak, ich hab's gesehen, ey. Oh, nice, gesnipet, ey. Und ich hab's aufgenommen. Der C wird gesichert. Der C wird gesichert. Konterdrohne nähert sich. Ey, Joker, warum spielen die mit Geist? Ey, Joker, warum spielen die mit Geist? Schönen ARCOG-Visier auf den Sniper und schon läuft alles. Immer auf den Zeitplan achten. ARCOG! Jawoll. Oh, ich bin bei Soho. Ja, das ist nicht so. ARCOG-Visier auf Sniper geht voll ab, ey. Ne, man tut mir so zu sehr vibrieren. Du magst es doch, wenn es vibriert. Das liegt einer. So dreckiger Camper, Alter. Wahrscheinlich nicht, er ist tot. Ja, alle Flaschen gesichert. Ja. Stopp, stopp, stopp. Es geht, es geht, es geht, es geht. Und wer ist ganz gezogen? Guck mal, ich hab seinen Fuß gesehen. Du bist so ein Fußfetischist, ey. Das gibt's gar nicht. Alter, während er gefurzt hat, hat er Blut rausgespritzt, Alter. Ist nur nach oben geflogen. Ist ja wie, Alter. Schön blutiger Dunschiff. Hat seine Zahl anscheinend. Weißt du, wir sind ja auch hier im Roten Meer mit dem Schiff daher. Ist das vollkommen... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, das tut weh. Escort, drunter haben wir freigeschaltet. Okay. Hey, jetzt hab ich Shadow gemutet. Shadow? Warum hab ich Shadow gemutet? Wieso bist du gemutet? Du bist bei allen gemutet anscheinend. Laberst du mein Shadow? Okay. Ich hör ihn. Warte, warte. Wir sind vier im Spiel, aber wir sind fünf in der Party. Ja, einer ist doch hier bei Ghost drinnen, gedönst. Boah, irgendwer nimmt Aftermath, ey. Dann bring ich euch alle um, ey. Ich schwör, ich geh raus. Okay, wer von euch hat Aftermath genommen? Ich bin mal Meltdown. Genau, nicht mal Zufall. Genau, nicht mal Zufall. Weil ich will gern wissen welchen Modus wir spielen, deswegen. Lass uns ruhig mal... So, was haben wir denn hier alles? Hallo, Pfannenriketa. Du bist Pfanneriketa. Du bist jetzt offiziell in einem Let's Play. Oh mein Gott. Da ist ein Sailor Moon Fan und hat einen Arsch rausgestreckt mit einem Wix-Fleck. Ich glaube, es soll Pfanne-Eis hier heißen. Nein, nein, geh raus, oh Gott. Nee, geh bitte raus, ich hasse dich. Aber wir hatten da jemanden, der hat ein Sailor Moon Emblem gehabt, wo der Arsch rausgestreckt worden ist und ein Wix-Fleck drauf war. Ich glaube, ein Wix-Fleck muss ich dann verpiepen, oder sonst kriege ich hier einen Strike oder sowas. Wix, 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 wix. Weißt du, so Schilder, YouTube Schimpfwortfilter, so durchgebrannt. So, wir nehmen Slums. Wir nehmen Zufall. Nehmen wir halt Zufall. Ja, Zufall. Zufall für den Win. Junge, weil du dich verarschen. Die Wild Express gewinnt, wenn einer auf Express geht, dann haben wir verloren. Hier auf Express. Ja. Na, Spaß. Was haben wir noch hier? Open Rugby. Irgend'n komisches Emblem. Ein Wappen des Mutes. Ein Deaseljet mit zwei Raketen dran. Sehr interessant. Was? Das ist eben das Wappen des Mutes. Was kann man dafür machen? Nicht, was kann man dafür machen? Was muss man dafür machen? Du Spacken. So, wir nehmen jetzt erstmal die Armbrust in Diamant. Korrekt. Na, ich hab vergessen, diese Waffe hier auf Diamant zu machen. Ich hab auch Diamant. Ja? Diamant ist cool, ne? Ich bin ja auch in deine Hülle. Ähm, Skylar, weißt du, warum ich das Wappen des Mutes hab? Ich bin ja auch in deine Hülle gekrochen. Dum, dum, dum. Guckt euch das mal an, ne goldene, goldene Armbrust. Ne Diamantarmbrust. Ne Diamant. Diamant. Was ist Diamant? Alter. Scheiße, ich bin dauernd. Diamant. Digga, wie schaffst du das? Das Einfachste ist, das Einsatzschild auf Gold zu machen, ist ganz easy. Du musst einfach nur Hardcore spielen. Da stehren die alle mit einem Schuss einen Schlag. Oh toll, du stehst aber auch so schnell. Ah, f*** jetzt! Ich hab' nicht. Ich hab' mal richtig gut mit der Armbrust. Hab' ich schön unterstützt. Du sagst mal letztes Mal, du warst nicht dabei, das hast du geträumt. Hahaha. Ich bin der, ey, weißt du, ihr steht da alle seit 30 Minuten, ey. Ich komm' kurz dazu und werd' sofort gedödelt. Ich hab' noch keinen Kill gemacht, ne? Ich will das nur mal anmerken. Die Drohne nähert sich. Toll. Wo war der ein Gegner, Mann? Den hab' ich ja gar nicht. Scheiße. 3-0. Oh mein Gott. Der war Arm im Weg. Das war Blutrot. Komm, komm. Lauf weg. Lauf weg. Ja, ist klar. Ist klar. Der random schießt auf ihn, stirbt und der andere zählt dann direkt. Oh, er blutrot ist auf mich. Ich schieße auf ihn, ich sterbe. Fuck. Fuck Logik von Black Ops Schweiß. Hahaha. Boom. Ich mag die Armbrust, aber ich hab' kein Ding ins. Scheiße. Keine Munition. Oh, wohl scheiße. Wir verlieren Bravo. Geh mal, wenn du auf die Tür schieß. Geh mal, wenn du auf die Tür schieß. Geh mal, wenn du auf die Tür schieß. Dann kann ich halt leider nicht hier. Steht nie bei B. Alter, wird gesichert. Oh, ficken. Ich muss gleich was anderes spielen, Alter. Ich bin zu... Junge, die zielen alle drei auf mich. Aktuelle Position. Ich bin auf die Tür. Ich hab' gegriffen. Aber verloren. Den senkst du schon, der noch. Mein Gott. Feinste Drohne nähert sich. Zeigt euch. Verkündete Drohne nähert sich. Och, jetzt zeignt er mir! Ey, von hinten gibt's kein Kindergeld. Jungs, hab' ich ein Emblem. Was ist ein Problem, das? Ja, wir hatten hier den Hobby weg. Alter, ficken jetzt. Ich will doch mal richtig coole Action jetzt mit der Armbrust hinlegen. Was ich schön angehen kann. Aha. Nein, nein, hier ist einer. Das ist gut möglich. Ja, gut, das ist gut. Hier ist mal random. Und verhext sich schlecht mit dem random, Digga. Verbündete Drohne nähert sich. Oh mein Gott, wie schlecht. Ich glaub weh. Ich glaub weh. Bravo, wird gesichert. Ja! Einer hat seine Armbrust aufgehoben. Ich hab' ne schöne... Hab' ich ihn? Ich hab' ihn direkt getroffen. Kannst mich nur verarschen jetzt damit. Ich hab' ihn gerade auf schöner Distanz eingesmasht, Alter, mit der Armbrust. Like a boss. Okay, ich mach' gleich mal was anderes, Leute. Keine Sorge. Ich weiß noch nicht, was ich gleich machen soll. Ich muss eigentlich noch die Schotti auf Diamant mahnen. Dann hab' ich alles auf Diamant. Aber ich hab' keinen Bock auf Schotti. Ein Kugel von mir, der da so... Einer im Stand hat alles Diamant und alles höchst. Ja, ich brauch' nur noch Sch... Äh... Ne, MPs muss ich auch noch mahnen auf Diamant. Stimmt. Dann bin ich fertig. Was? Wieso bin ich tot? Den hab' ich ja gar nicht gesehen. Ich hab' Wärme-Visier drinnen. Jungs, ich hab' keinen Bock mehr. Warum fuck's heute online ab? Ich krieg' kein Ovi zusammen. Da war doch eben gerade... Ey, wie kann ein MSMC stärker als eine PDW sein? Spacke. Wir haben die Kontrolle verloren. Oh, okay, ich nehm' jetzt mal ne andere Waffe. Ähm... Ich glaub, wir müssen nur machen. Ich hab' noch jemanden S12. Sniper. Ah, fahr' von hinten. Komm, wir gehen mal richtig schön Nubig jetzt unterwegs. Sie nehmen jetzt ne dicke, schöne Schotti. Die ich zwar schon auf Gold habe, aber das ist jetzt auch egal. Ich freu mich, warum ich diese Waffe noch nicht umgeändert habe. Der hab' ich eigentlich auch auf Diamant. Komisch. Ach, ich kann ja noch rangisieren, ich Idiot. Ey, Jungs, die kämpfen. Ey, eben gerade, das war zu hoch und das war zu niedrig, oder was? Wirst du mich verarschen? Oh. Wir werden hier grad irgendwie zerstört. Hier. Ey, Junge, ich werd hier die ganze Hecke gesnaped. Ich snipe auch gleich mit, ey. Alter, wie gut soll ich dich denn noch treffen, du? Hässlicher. Einfach reingesprayt, 15 Kills. 1 Termin oder was denn los? Ah, fuck it. So, jetzt hab ich ne dicke Schotti aufgenommen. Jetzt können sie mich alle malen. Ist das Spiel zu Ende. Oh, 5 auf 10. Glanzleistung. Scheiße. Boah. Ja, die Gegner sind ein Auffacker. Die Gegner sind ein Auffacker. Mathis, se, se PGM. So, jetzt haben wir ne... Dungle Schotti aufgenommen. Und Gold. Ja, diesmal ist es wirklich Gold. Ich hab keinen Bock auf die PDWs auf Diamant zu spielen, ey. A ist abgesichert. Der Feind hat Charlie. Alle PDWs überhaupt nicht meins sind. Achtung. Feindliche Konterdrohne... Warum ist bei mir kein Titel und so angezeigt? Ich hab mich da eins aufgedeckt. Sorry. Hier ist der Handwerker in der Akone unterwegs. Ja. Warte nach! Das ist so die mieseste Schotti ever, Alter. Der S12. Der S12 hat B eingenommen. Geht gar nicht klar. Oben, snipen welche wieder. Ich versuch's dir mal. Ich sehe nicht, wie er mit zwei ist. Haben die eine zuvor. Was? Ja, passt jetzt. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Er killt mir die Kattel frei. Vielen Thanks. Den hab ich in den Arsch grettet, natürlich. Natürlich dich. Ficken, 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 ficken. Eine feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ich sollte mir eigentlich auch gleich mal andere Abschluss sehen, Rayman, ey. Ich quitte gleich. Ich kann's nicht widmen, Loocher. So, jetzt reicht's mir. So ich die scheiße HMR raus. Die Hamre. Ich bin bei den Gegnern schief. Zeh dir mal rein, wie die spielen. Ich kann nicht gucken, wie die spielen. Ich sterbe die ganze Zeit. Eh, mir reicht's. Ohne Witz, mir reicht's. Die Kriegsmaschine eingesetzt. Ich spiele jetzt ohne die Pistole. Jetzt fick ich die wieder. Nein. Gut. So, ey, nimm mal B ein. Hauptsache, wenn ich auch im Minus bin, ich will gewinnen. Ne, wir verlieren lieber Alpha, bevor wir B ein. B wird gesichert. Ficken. Oh, jetzt hab ich die richtige Waffe ausgepackt. Wo bin ich? Wo bin ich? Nein. SVU. SVU ist die unnötigste Sniper ever, mal ganz ehrlich. Diese Leute versuchen die Sniper nicht auf Gold zu spielen, sondern die haben einfach nur diese Sniper. Weil wenn man die versucht auf Gold zu spielen, dann spielt man die auf Hardcore. Wenn man da das schneller hinkriegt. ALTER! Hör auf dich hinzulegen, du motherfucking Drecksarsch! Pissnacken-Sau! Deren Drohne ist zerstört und deren... Ey, Kriegsmaschine, Jung! Konterdrohne ist auch kaputt. Ey, Sniper jetzt einfach. Was ist das für ne verdammte Lossi? ALTER, ey, jetzt mal ohne WITZ! Gleich heulich wieder, ey! Ich schwöre! Alter, wie viel von diesen Dingern soll ich den runterholen, bitte? Ich kann nicht ständig einen runterholen. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. So, da. Friss meine geschmoltene Scheiß, du Spacken, Alter. Ja, mein Scheiß kaputt. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Was ist das für ein Schwarm, oder sind das alles Hunter-Killer? Hunter-Killers. Wo denkst du, die haben Schwarm, ey? Was sind denn die Schwarm, ey? Hunde! Jetzt hab ich mir auch gedacht, ich komm in den Lobby zwei Hunter-Killer sind. Worum ich denke... Ich hab Punkt gehört. Los doch! Drohne nähert sich! Scharmschütze erledigt! Was war denn, wenn ich das jetzt verkacke, Alter? Lade nach! Dann geh ich raus, such mir einen Penner, bezahl diesen Penner und lass ihn seine Schüsse scheißen, ey! O-CH! Schiess noch wieder! B по-F-F'-F fiess! Freise! Hahahaha! Ho-Haha! Schraus noch mal drin! Gzigweil! Nein, durch! Fass durch! B stands down! B stands down! Blocks geschehen! Leergeschossen! Ja! A-GE-SCH! Abgeschossen! Uhuh! B stand ausge Alright! Und noch mal aufpassen! Unten aufpassen! Kämpft Entschlossener! Da bewegt sich was! Guck mal, ich geh auf Risiko... Ich hab'n Kei gemacht! Ich hab'n Kei... Ich hab'n Kei... Ich hab' 13 auf 16! Fuck it! Guck mal, ist mir der letzte Kill! Hat jetzt... Hat... Hat der aber grad gemiaut? Miau! Oh mein Gott! Alter! Mission geschafft! Okay, ein Spiel machen wir noch! Alter ey, als ob ich das mit Absicht mache! Okay, jetzt werde ich total professionell in einem Let's Play laufen! Was laufen? Ein kaltes Getränk! Ich mach' doch keine Schleichwerbung hier, das kannst du vergessen! Jungs, ich spiel' jetzt rote Conte Tronorby! Ähm... Speedburger! Nehmen wir denn jetzt mal, wollen wir was anderes spielen? Äh... Mach mal Stellung! Ja, mach mal Stellung! Zu spät! Jetzt hab' ich Stellung genommen! Stellung! Ich wär' froh, wenn ich jetzt mal ein Call of Duty Ghost hätte! Also kann man bei Call of Duty Ghost eigentlich eigene Emblems erstellen oder nicht? Nein! Nein! Ich glaube nicht! Wie? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Oh ne, fick' dich! Aftermath ohne mich, Alter! Das kannst du glauben! Schade, dann bräuch' ich... äh... Dann ist es ja egal, ob ich da... Ich werd' eigentlich bei Call of Duty Ghost nochmal ein Renabon-Emblem machen, Alter! Wow, wir sind aus dem Spiel rausgegangen und sind wir jetzt da reingegangen und deswegen kommen wir auf das Gleiche raus! Wow, wir sind aus dem Spiel rausgegangen und sind wir reingekommen, das ist total sinnvoll! Wow, wir sind aus dem Spiel rausgegangen, Alter! Gibt's nur diese eine Spieleliste oder was?! Verdammt! So ohne einen anderen Modus einfach! Hauptschluss bestätigt sowas, sowas! Hauptschluss bestätigt! Ey, wer ist kommt wieder Aftermath, ey? Kriegt das große Kotzen, ey! Nee, ich glaub' ich reingedertet wieder rausgegangen! Findet ihr denn? Auf, das Aftermath, Mann! Äh... Mom! Ja, Hightech! Ehrlich, Mann! Ganz professionell im Let's Play... Ja! Das ist... Total professionell und so! Meine... 500.000 Abonnenten werden sich jetzt alle aufregen, ey! Ganz professionell im Test wird gefurzt! Die ganze Zeit, wenn du laberst, scheißt du die ganze Zeit eigentlich nur, ey! Weil so viel Scheiße wie aus deinem Maul rauskommen! Mhm! Hauen sie bitte mehr Scheiße raus! Lockerbärchen! Werd nicht übereifrig und so! Äh... Willst du wieder den, äh... Oh, ich hab ja noch... Stimmt, ich hab ja noch ein Dingens gemacht! Die hat ein, äh... Weißer Drachen... Weißer Drachen-Emblem! Total toll! Weißt du nicht, warum ich den habe, aber ich hab' ihn! Ja, ich will auch haben! Ja, ich will auch haben! Jungs, wird bei euch mein Titel angezeigt und mein Emblem! Ja! Mein Renner, mein Emblem wurde schon 21 Mal hier angesehen! Ah, schön! Boah, ich brauch mal dein Emblem! Das ist der weiße Drachen mit eiskaltem Blick! Der Kopf ist gelungen, ja? Gib Ruhe! Der Kopf ist gut! Eindeutig! Na schlaberst du! Das ist... Renamon! Das ist mein meistgesehenstes Video, wie ich das erstellt habe! Das war meistgesehen, ey! Und da kommt noch... Ähm, Sasuke als Röser, glaub' ich, ja! Ich hab' mich grad professionell gemutet! Jetzt hätt' ich grad alles in Ordnung, die sich voll gestreamt! Ich find' immer auch mein süßes, kleines, komisches Kreisding! Oh Gott, alle stehen für Freitag! Alle! Buuu! Buuu! Der Shadow ist so ruhig! Der Shadow ist doof! Shadow, sag' mal was! Äh, 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 äh! Besser wär's gekommen... Besser wär's gekommen, wenn er nur mit den Schlütern gezuckt hätte! Ich hab' keinen Arsch gesehen! Scheidler! Keine Arsch hat das gesehen, außer mein Arsch in deiner Grenze! Hey, wieso kann ich mich einfach starten? Es sind doch genug da, also voll, ja! Guck mal, das fängt schon wieder ab! Äh, neun wieder runter! Sieben... ...dechs... ...böhm... ...hier... ...vierzehn... ...dreizehn... ...zwölf... ...vierzehn... ...dreizehn... 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 Junge, ich brech' jetzt nicht den Counter ab! Das geht doch gar nicht! Neun... ...acht... ...zehn... ...neun... ...acht... ...zehn... ...neun... ...acht... ...zehn... ...neun... ...acht... ...sieben... ...neun... ...acht... ...sieb... ...neun... ...what the fuck! Alter, jetzt ist gut mal, du scheiß Countdown! Ich glaube, er... ...ich glaube, er... ...er verzählt sich jedes Mal nur! Deswegen... ...er verzählt... ...oh, es geht schon mal auf die drei runter! Ne, ne, es geht auf die drei runter! Ne, ne, es geht auf die drei runter! Vier... ...drei... ...zwo... ...eins... ...vier... ...zwo... ...eins... ...drei! Gleich haben wir's! Gleich haben wir's! Gleich ist es soweit! Noch zwei! Eins! Eins! Zwei! Eins! Null! Eins! Null! Eins! Null! 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 Sollte ich vielleicht aufhören, immer die Map zu wechseln? Es passiert gar nichts mehr! Ah, Teamausgleich wird erforderlich! Okay! Weil wir sind ja nicht... Ah! What the fuck, Alter! What the fuck! What the fuck! Was für ein Scheiß! Oh, jetzt sind wir auf der Spielkarte! Ich wollte eigentlich die Emblems mal von Joke anzeigen, aber ich hab keinen Plan, wie ich drauf zugreifen kann! Assess! Too late! Äh... Spielerkanal anzeigen, dann siehst du es! It's too late! Don't want a joke! Kampfistorie ansehen! Pfff! Understand! Ey, früher! Ich hab grad Ding, äh... Ranjit, der Busfahrer! Junge! Was ist das für ein Schmock! Was ist das für ein Schmock? Ich spiele in den Startedin! Krügelt Du hast das weibliche Geschissenscheiß 2-mal drin 1-wer Ernsthaft Make it real Be Nursing Alter Wir bleiben jetzt so lange drinnen bis es funktionieren Feierabend Wir sitzen noch mit 59 hier Ich schwöre es euch 1, 0 Ey Dinger, geh raus Was hat er für ein Problem? Ernsthaft Jetzt mach doch einfach Du minderbemittelte Scheißdrecksvieh Was? Schwarz, es ist schwarz Was passiert? Okay, cool Hat ja gar nicht mal so lange gedauert Oh nein Oh nein Nein, aber das war am Längen Ich lasse jetzt die Waffe zum vierten Mal nach Wer ist denn der Scheißhaus bei mir? Das brummt mein Controller Scheiße ey, ich verlasse gleich das Spiel Hier spricht gerade jemand Later, let's 2, 1, 2 Achso, Hölle ist hier mit der Lobby los? Lecker Lobby Ah Kennst du das nicht? Nee, noch nicht Dann ist es gefangen Das kann vielleicht sein Ich kann rausgehen Ich kann rausgehen Alter, jetzt Make it real Alter, ist mir scheißegal Tschüss, ey Ist mir zu blöd hier langsam Das war ja noch lustig Aber jetzt Das ist hier der Upfuck ever, alter, ey Geht gar nicht klar Nein, hab's nicht Na, drehtst du nochmal ein? Too late, it's too late to want to jive Ey, das ist mal ihr Lieben Was denn? Ey, kennst du das die Elite, Elite Yeah Jungs, meine Mutter schreit mich gerade an, weil sie Meine Mutter schreit mich gerade an, weil sie gestern Von Maggy Sachen mitgebracht hat, ich nichts essen durfte Und mein Bruder sich was für morgen aufgehoben hat Ich fress das, dann sagt sie mir, mein Essen ist in den Ofen Ich geh mir das holen, fress das auch noch und jetzt scheiß die mich an, warum hab ich das Essen meines kleinen Bruders gegessen. Ein verfressenes Stück Scheiße, Alter, ey. Junge! Wait, please. Sag mal, ich bin wieder Außenseiter. Du bist doch nicht der einzige Außenseiter. Oh Gott, freu ich denn für Kassel. Punkt die Serien. Hey, Jungs, ich flipp gleich aus. Mensch, Apokalypto, doof, ey. Geil. Wenn er eine 4er KD hat, dann glaube ich. Ja, das ist so, hat er bestimmt schon. Ja, mein Sohn. Du trinnst dich. Ja, der war wohl. Du hast rausgequittet, äh, meine Boss. Ich kann die auch wieder wieder dringen gegen kleine Zahn, ich kann die rumbringen. Super. Skyline, mir fehlt ein Zahn. Oh Gott, jetzt, hör bitte auf, Mann. Willst du mir deinen schenken? Alter, ich bin kein Hai. Oh, wir spielen, Leute. Es hat ja nur 10 Minuten oder so gedauert. Ich glaube, das werde ich rausschneiden oder so. Ich habe keinen Plan, Alter. Dann willst du den schon. Nee, nee, lass die Stelle, wo es lustig ist, drinnen, aber die Stelle, wo es dramatisch wird, wo es dann nicht startet raus. Sammeln Sie von Marken, bestätige Abtüsse. Sammeln Sie von Marken. Alright. Das ist immer noch ein LP. Ich habe einen Gold, oh yeah. Ah, hinter mir. Das ist keine Goldene, das ist nur Diamant. Schon wieder hinter mir. Ey, Leute. Habe ich irgendwie Honig am Arsch oder was? Wie bist du denn? Oh, ich wurde gesaved. Vielen Dank, so einen schönen Day noch. Ich bin nicht die Gegner. Jungs, ich sehe die Gegner nicht auf der Karte. Ich liege halt so gerne auf den Kartenhalten, äh, harten Kitenboden. Halt das! Ja! Weil ich in Deckung war. Deswegen bin ich gestorben. Diese verdammte Logik jedes Mal dahinter. Ich verstehe sie nicht. Ich bin zu blöd für dieses Spiel. Ich habe einen Kill. Ich habe einen Kill. Juhu! Hinter mir. Ah, ich habe noch einen Kill. Ich habe noch einen Kill. Ich mache auf meine Kills. Ich bin toll. Ich sage mir bitte, die haben die Drohne jetzt nicht zerstört. Ich kann die Abschlussmarken nicht holen. Nein! Hälfte Orbit war ich. Da bleibe ich dieser Lappen. Was ist denn ein Lappen? Ein Lappen ist ein... Fickt euch! Ihr seid unnötig, unbrauchbar und total sinnlos. Geh sterben! Tu, der Mensch hat einen Gefallen. Ernsthaft. Den Millimeter vor Ort. Schau, umzingelt. Denk nicht mal, ich kriege noch zu viele. Du, hey, Doc! Hilf mal! Nein! Ja, weil ich als erstes schieße, sterbe ich als erstes. Ich will auch so einen scheiß Perk haben, ey. Mal ernsthaft. Den scheiß Perk, wer zuerst schieße, schiebt zuerst, ey. Sterb, du McDonalds-Fickender-Bastard. Alter. Mal ganz ehrlich. Leute, wann schaltet man nochmal die richtigen Patronen frei? Also, mit denen man auch Leute killen kann. Ich hasse es, mit solchen... ...Platzpatronen zu ballern. ...Battle ich nie. Ich weiß nicht, was ich behindert finde. Es ist, glaube ich, jetzt neu, dass wenn einer stirbt, sonst die Marke, da liegt es, dass ich selber auf den Kammer. Wenn einer, wenn er stirbt. Abschuss bestätigt. Voll behindert, aber irgendwie... Dann er stirbt nur noch einmal die Marke. Ist einfach so weg. Das ist der Joker, der ist irgendwie gerade schon wieder heiß oder so. Ich habe keine Ahnung. Hey, das ist so unnötig, ey. Mal ganz ernsthaft. Wieso ist der nicht down? Ich gucke sich hier die Gegner nicht und sterbe die ganze Zeit. Ich gucke was, das ist alles nur Sniper, Mann. Ich kriege hier nichts geschissen. Vor allem, es ist ein Kollege von mir da hinten und er haut mich trotzdem weg. Was zum Fick? Drohne nähert sich. Ach ja, genau, weil er sich im richtigen Drecksmoment umdrehen muss. Diese kleine, mir in der bemittelt der Drecksau. Da! Heute ist nicht mein Tag. Ich muss wieso dann gleich was anderes aufnehmen. Ich muss noch Let's Plays aufnehmen. Ich muss auch das Neue, weil ich jetzt mit dem einem Spiel durch bin. Ne, mit Speck-Obs. Ne, ähm... Speck-Obs durch, soll ich gut. Da war's. Da war's. Der Abschuss bestätigt. Du minderbemittelte Drecksviecher. Ey, warum? Warum konnte man das... Ach ja, Mann, ey. Und einfach nur, weil ich ein scheiß Deutscher bin wahrscheinlich. Er ist ein Drecksarmy und die müssen natürlich, sonst wird das nicht mehr lustig für die. Dann hören sie auf zu spielen. Und Amerika geht pleite, ey. Diese minderbemittelten scheiß Drecksviecherkerle, die total fett sind und durch... zocken, die ganze Zeit nur, äh... Dogger King und sowas besuchen. Die erst dann nicht mehr machen und dann auch Dogger King da durch pleite gehen wird, ey. Schwör' ich euch. Der auch vermündeter Blitzflag steht bevor. Stirb jetzt! Der Abschuss bestätigt. Du kommst um die Ecke und irgendwas explodiert, ey. Das ist so typisch. Boah, ein Kopf heißt, dass ich bin schlecht. Der Joker kommt an mir vorbeigerannt und hinter ihm explodiert irgendwas. Deine Mama. Hast du wieder einen fahren lassen, oder was? Was ist das denn, ey, du? Schuss bestätigt. Dreckiger. Nein, irgendjemand. Also. Ich hab ne Drohne! Das ist doch so beschissen ohne witzige Kette. Einfach nur hoch und sterbe. Echt? Bring das da drauf, ey. Lieber, heute ist nicht mein Trag zum zocken. Irgendwie nirgst du nie dein Trag zum zocken, oder? Jaja, wer hat gestern Killduell gewonnen, du Buster? Ja, du hast auch schon ein paar Kette im Voraus, ey. Und danach? Das war danach? Mann, ja, da. Hab ich, weiß ich, zwei Minuten. Ja, ja, ja. Ich will auf mich. Echt? Ja, da war sich mal ne Sekunde auf, gar. So. Flasche draufschrauben, Flasche trinken, Flasche trinken. Ich bin drei Zeit in Anspruch. Da auch wieder wegstellen und alles. Na! Ich guck die ganze Zeit dahin! Die ganze Zeit guck ich dahin, ey. Dreh mich um und dann kommt einer. Ah, ficken, ey! Ist mir scheißegal, ob ein feindliches Kartoffelpüree-Monster um in der Luft schwebt, ey. Ich bin nicht zu schwebt, ey. Mehr. Ich bin nicht zu schwebt. Die ganze Zeit, bin ich hier alle im Camp, Mann, ihr seid doch immer normal. Die Partei war gejoint hier. Scheiße, sie sind live in einem Kommentar, was haben sie dazu zu sagen? Alter, das ging jetzt auch mal gar nicht. Alter, das ging jetzt auch mal gar nicht. Hulk Hogan! Ach du Scheiße Leute, ich hab einen Promi hier drinne. What the fuck? Wo kommt der her? Er ist schlottere Wagens. Nein. Ey, kannst du ihn? Ja. Leute, bist du mal nicht mit Kevin in der Partie? Haben sie dich endlich mal von dem Typen losgeschnitten oder was haben sie gemacht? Nein. Wartet Befehle. Ach du Gott ey. Oh mein Gott, der ist so schlecht. Ich dachte ihr seid sowas wie siamesische Zwillinge und euch findet man nie allein. Ja, ich bin so ziemlich hinaus. Komm mal, ich liebe dir Mann, komm. Wuuu, sexy! Warte auf dich. Vor allem auf der M8. Hahahaha. Scheiße. Hahahaha. 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 Im Abschluss. Ähm, ich hab mal ne ganz blöde Frage an euch. Du bist schwanger? 14. Äh. 14. War unser Geheimnis. Dein Antwort. Dein Antwort. Dein Antwort. Also folgendes. Äh, die Leute aus meinem Clan gehen mir tierisch auf den Sack und wollen Black Ops 2 spielen. Oh mein Gott. So. Aber. Äh. Okay Holger hat seins vor nem halben Jahr. Oh mein Gott. Ich hab meins vor nem halben Jahr weggegeben. Und ich krieg dieses räudiges Scheißspiel einfach nicht mehr. Einfach nicht mehr anladen. Und ich wollte fragen, ob ihr irgendwen bei euch in der Liga habt, der das Spiel irgendwie, der das Spiel irgendwie scheren kann. Weil ich mag das Spiel nur nicht so gerne, dass ich dafür jetzt wieder Geld ausgeben möchte. Hahahaha. So sehr mag ich's auch wieder nicht. Kampf. Oh nein, jetzt. Leute, ich muss noch nen Schwarm hinlegen. Please. Niemann. Bitch, please. Nee, leider nicht. Fuck it. Nein. 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 Oh, ich bin noch in Deckung gekommen. Der Kontert ohne näher sich. Ohne wird die Schwarm. Spenden Wechselmönern. Stille aufrücken. Unten, 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 unten. Nein. Der Schwarm. Ich war so kurz vor dem Schwarm. Hahahaha. Ja, hoff da. Hahahaha. 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 Ach, mit Shotgun? Die Tür ist halber zu. What the fuck? Geil. Ach, mit Shotgun? Du musst dir erst zwölf nehmen. Damit gehst du voll Arbeiter. Ihr weißt was? Der ist für dich, du Lacker, Alter. Alter. Ich hab' die Bock auf Tommy-Moders. Nein. Bullshit. Hab' ihr schon den neun? Origin? Ja. Richtig nice. Ey, das ist meine Waffe. Ich hab' mich wirklich ins Minus gekriegt. Hahahaha. Meiner ist mein Emblem drauf. Hahahaha. Oh, da bitte mein Emblem. Oh, da bitte mein Emblem. Du Halt, du Halt. Da hab' ich nichts ges- Okay. Tschüss Hulk Hogan War schön mit dir Okay Leute, das soll jetzt erstmal gewesen sein Das waren jetzt immerhin knapp 47 Minuten Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen Auch an den Object X Klar, mal schön dick Werbung machen hier Mit meinen 5000 Abonnenten, die ich habe Ahaha Und ja Hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online Tschüss Minus 5000